ja hallo liebe leute und herzlich willkommen hier heute morgen aus dem münsterland ich bin gerade unterwegs hier mit dem rad richtung münster unterwegs jeder der peter vom kanal black max ist auch mit dabei und wir treffen uns in münster noch mit dem mit dem rainer und der rainer hatte mich angeschrieben vor einigen wochen und hat gefragt was mal auf ich mache eine auszeiten sabbatical und ich mache eine längere radtour macht das eigentlich sinn also längere tour mit dem e bike zu machen oder lieber mit dem nicht e bike also ganz normalen fahrrad und die frage stellen wir uns drei gleich mal peter hat ja auch seine erfahrung der hat ja schon längere touren gemacht mit dem e bike und wir gucken mal was am ende dabei rauskommt ich bin schon ganz gespannt ich hoffe ihr seid auch gespannt und schreibt euch fleißig in die kommentare am ende was eure meinung dazu ist also erst mal auf nach münster ja freunde wir sind jetzt in münster hier angekommen haben den rainer hier getroffen ich finde das ja ganz klasse dass du die frage gestellt hast an uns sagen wir erfahrene radreisen in anführungsstrichen wir haben ja schon ein paar reisen mit dem rad gemacht sei es jetzt mit dem e bike oder auch mit dem normalen fahrrad peter ja im letzten jahr die tour auf dem jakobsweg mit dem e bike gefahren ich habe meine allererste damals rheinradweg 700 kilometer mit dem in anführungsstrichen biobike ich benutze das wort nicht so gerne irgendwie ist ja nichts biologisch abbaubar an dem ding aber ihr wisst was ich meine biobike und der rainer hat halt vor er hat zeit hat er uns erzählt demnächst und die frage stellt sich oder du hast die frage gestellt macht das sinn mit dem biobike zu fahren oder mit dem e-bike oder wie auch immer und vielleicht kannst du ein bisschen was zu dir sagen für die leute die dich nicht kennen und was du davor hast ja gerne ja hallo ich bin der rainer ich denke mal einige werden mich sicherlich schon aus den electric devils videos kennen da sind wir ja schon gemeinsam einige mal unterwegs gewesen ja gut im prinzip ist eine ganz einfache geschichte ich habe so ein paar änderungen in meinen persönlichen lebensumständen heißt einfach ich habe 2024 zeit und ich habe schon früher auf anderen reisen ich bin häufig wandern gewesen in schottland immer die leute beneidet die halt nicht in diesen 14 tagen urlaubsfenster gefangen waren in anführungsstrichen sondern gerade meistens jüngere leute nach der schule oder vor dem studium die dann sagten ja diesen monat bin ich in schottland vielleicht bin ich nächsten monat in irland und so weiter und da war ich immer neidisch habe ich mir gedacht das möchte auch mal so diese diese freiheit zu haben irgendwo wo es vielleicht doch gerade schön ist oder dir gefällt dementsprechend länger zu bleiben und ja ich habe jetzt die gelegenheit genutzt am ende meines arbeitslebens mir da jetzt nächstes jahr mal ein bisschen zeit frei zu schaufeln und wandern ist immer noch ein thema bei mir aber ich habe das radfahren auch durch euch durch unsere gemeinsamen touren ja lieben gelernt und dann kam natürlich die idee auf längere radreisen zu machen und ich habe ein e bike ist noch mal mit einem leichten motor mit dem ich eigentlich eines machen kann alpa adria radweg vor einigen wochen noch gemacht aber nichtsdestotrotz kommt irgendwann die frage auf die man sich stellt dass man sagt ja gut mit dem e bike du hast halt immer diese ladeproblematik sprich du musst schon sehen irgendwo du musst irgendwann mal halt den akku laden oder in dem falle ich habe zwei akkus irgendwann mal die akkus laden also spätestens jeden zweiten tag und da habe ich in erinnerung dass der peter irgendwann mal den 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 gedanken geäußert hat dass er gesagt hat er würde die den jakobsweg nicht noch mal mit dem e bike machen was war denn da der hintergrund peter ja erzähl mal peter ja gut meine touren waren natürlich ein bisschen immer ein bisschen weiter ich habe übertrieben manche fahren ja so 50 60 70 kilometer am tag das kommt darauf an wie lange du fahren willst muss mir was wenn du mit dem e-bike fährst du fährst ungefähr zwanziger schnitt vielleicht eventuell oder wie auch immer und da sind so 80 kilometer sind vier stunden um das heißt wenn du morgens um 8 uhr dein hotel verlassen hast oder dann campingplatz verlassen hast da bist du um 12 uhr schon fertig so mit fahren ja und habe gesagt nee ich will ich will den ganzen tag ja ausnutzen ich will nicht irgendwo ankommen nach vier fünf stunden und dann irgendwie so wie hier das war schön der see ne der ase aber ich will ja nicht auf starren die ganze zeit unterwegs sein und da habe ich übertrieben habe ja touren gemacht so 160 170 180 kilometer am tag und da war natürlich irgendwann nicht bedacht mit den höhenmetern und sowas war irgendwann der akku alle ich habe dual akku mit den super den supercharger von riso müller habe ich ja und da kommt es auch nicht aus also in den pyrenäen muss man darauf achten auch so ein ding ist mal am limit heißt ja also du hast die tour mit dem e-bike geplant damit du längere tagestouren fahren kannst da bist du auch insgesamt der kürzer unterwegs von der zeit her natürlich andererseits denke ich mir dann wenn du jetzt sagst okay du möchtest nicht mittags irgendwo ankommen wenn ich natürlich mit einem normalen rad ohne unterstützung unterwegs bin mit gepäck dann bin ich ja automatisch länger unterwegs dann schaffe ich ja diese tages etappen gar nicht da bin ich auch den ganzen tag unterwegs ich kann auch noch meine erfahrung noch eben dazu beisteuern ich habe ja die letzten beiden radreisen oder längere tour mit dem rad ja wirklich mit dem e-bike gemacht das war jetzt im mei die electric devils tour war ja dann mit dem e-bike in bayern waren wir ja eh und dann bin ich ja zurückgefahren sonst hätte ich das gerne nicht mit dem e-bike gemacht weil ich davor im jahr ja die emsland tour gefahren bin mit dem anhänger auch und gesagt habe komm nächstes mal machst du mir eine 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 motor ohne motor ist auch geplant jetzt in zukunft und ich denke mir dann immer was motiviert mich eigentlich dazu das mitzunehmen das eine ist ja okay ich kann längere touren fahren das ist definitiv so nachteil ich muss das ding irgendwo laden oder unterwegs wenn du die höhenmeter falsch einschätzt ist es platt großer vorteil ist ja ist ja ich kann viel mehr gepäck mitnehmen ja auch weil das ja viel einfacher zu fahren ist ist das für dich auch ein argument irgendwie mit dem e-bike zu fahren dass du einfach mehr sachen dabei hast schwieriges thema ich bin es vom wandern her eigentlich gewohnt dass man möglichst wenig gepäck natürlich mitnehmen war klar beim wandern du musst halt alles in den rucksack reinpacken und die haben dann erfahrungsgemäß wenn du wenn du wenn du wenn du sagen wir mal eine woche oder zehn tage unterwegs bist haben die dann irgendwo zu 60 70 maximal 80 liter oder musst du halt sehen dass du alles rein kriegst natürlich ist es beim radfahren oder radwandern auch ähnlich war natürlich die die packtaschen wir kennen ja alle diese ortlieb gepäckträger das glaubt die haben auch 20 20 liter haben 20 liter ich habe die von falkenthal die haben 23 liter ja genau wenn du das addierst und wenn du das addierst bist du dann halt letztendlich auch natürlich irgendwo limitiert von daher willst du schon schon relativ wenig mitnehmen aber eine nachfrage habe ich noch gerade zu deiner tour aus dem allgäu zurück ich kann mich erinnern dass du in deinen videos gesagt hat ist dass du auch relativ häufig ohne unterstützung gefahren bist sprich wie viele wattstunden hast du als akku dabei gehabt ja ich habe ja dass das ktm central plus das hat ja den 623 630 wattstunden akku irgendwas in der in der in der gegend da ist er dabei und ich bin die flachen stücke eigentlich komplett immer ohne akku gefahren ich wusste jetzt von von der topografie als auch nicht und mit der geschichte von peter dass er gesagt hat in den steigungen akku leer ist eine ganz schlechte idee spaß dir den mal auf und ich bin auch jeden tag so gut 100 kilometerstücke gefahren bis zu 130 und mit einem halb vollen akku jeweils angekommen ich habe in den steigungen den akku benutzt und dann aber auch wirklich nur maximal im tour modus und darauf geachtet dass ich eine konstante geschwindigkeit fahre dass ich also nicht anfangen jetzt gas zu geben wo ich viel energie entnehmen da will ich unten anfangen in der steigung und nicht irgendwo zwischendurch so ist meine philosophie ich bin jetzt ja auch kein experte da hat aber so weit funktioniert dass ich immer mit einem halb vollen akku irgendwo angekommen bin aber aus meiner erfahrung immer im kopf hatte ich muss jetzt auch irgendwo ankommen ich wäre ja ich habe das in den videos ich bin eben oben ein hier die videoserie bis noch nicht gesehen hat da mit dem e-bike zurück aus dem allgäu ins münsterland und da habe ich unterwegs schon gedacht ja kommt ich wollte eigentlich da diese römerroute fahren teilweise ging nicht weil die nächste lademöglichkeit oder campingplatz wo halt sowas ist viel zu weit weg war und zwischendurch einfach eine büsche ist ein problem da habe ich keine ladesäule und das ist das ist das was mich so immer so wenn man natürlich sagt ja okay ich bin jetzt eben mit dem e-bike unterwegs und fahre von pension zu pension jeden tag ich glaube da muss man sich die frage gar nicht groß stellen die frage ist ja was hat man vor wo landet man abends ja schon aber ich meine wenn du sagst dass du mit deinem 600 so und so viele wattstunden akku im prinzip mit 50 prozent ladung angekommen ist ich habe jetzt 1000 watt stunden sagen wir mal der das leistungsvermögen oder der energieverbrauch der motoren ist relativ ähnlich hat auch um die möglichkeit eine ecostufe zu fahren oder die auch dementsprechend runter zu programmieren nochmal das heißt mit meinen zwei akkus a 500 watt stunden käme ich ja schon minimum zwei tage hin und dann ist natürlich schon dann hast du schon ein bisschen mehr flexibilität wieder zu sagen ich muss dann ja nicht jeden tag ist da mal laden in dem sie ja hast du ja auch sag mal kann ja auch ohne fahren also der vorteil bei diesen rädern ist jetzt ja auch ich habe dem dem bosch generation 4 cx motor der ist man nicht der leiseste aber von daher ganz ganz komfortabel der klickt sich voll aus also man hat keinen widerstand gegen man die man treten muss vom motor bei diesem system das ist natürlich schon aber hat man ein höheres systemgewicht wenn man so will und in kauf nimmt ich habe jetzt irgendwie zehn kilo mehr dabei dann ist es eigentlich auch egal weil man muss den motor ja nicht einschalten aber dann habe ich lieber zehn kilo weniger dabei wenn ich lange touren fahre ja gut dieses dieses thema systemgewicht ist natürlich kommt automatisch auf klar weil man natürlich denkt das fängt ja bei den rädern an so als technik begeisterte leute überlegen wir dann ja schon ja da gibt es ja mittlerweile ich weiß ihr beide seid ja auch im gravel bike bereich interessiert und auch unterwegs da kommt man natürlich schon auf die idee zu sagen ja die wiegen dann nur noch 15 kilo statt vielleicht 25 oder teilweise bei den großen bosch oder bei den großen riesen müller rädern reden wir ja über mitte 30 kilo von den von den fahrrädern alleine nur wenn ich uns drei wenn ich das jetzt mal mit verlaub so sagen darf anschaue systemgewicht ist ja auch ein thema ja da ist es ist für mich auch eine ganz klare challenge dass ich gesagt habe dass ich so ein paar änderungen vorhabe weil bevor ich im nächsten jahr starte will ich auch dieses systemgewicht etwas reduzieren weil wie gesagt zu überlegen kam auch schon ja lässt du die akkus zu hause ich könnte auch relativ rasch ich habe das original vorderrad noch von meinem rat ohne motor ich kann es austauschen konnte komplett ohne fahren könnte nur mit dem motor fahren ohne akkus ja weil man spart ja vielleicht fünf kilo es ist irgendwo ein bisschen ja relativ widersinnig sein wenn wir jetzt irgendwie bei 75 kilo pro person werden und werden haut und knochen dann mag es ja an sinn haben aber das sehe ich dann nicht so unbedingt entscheidend wie ist das denn bei dir peter du bist jetzt ja jakobsweg gefahren mit relativ viel gepäck ich weiß auch die erste radreise überhaupt die du so unternommen hast ja und dann hat man ja ich kenne das ja aus meiner erfahrung wenn man natürlich die möglichkeit hat viel einzupacken große taschen das passt auch alles ans fahrrad neigt man ja dazu den kauf empfehlungen die man im internet da so bekommt auch alle ich viel zu machen und man kauft und kauft und kauft und ich hast ja gesagt nichts damit das immer im e-bike machen bereust du denn teilweise das gepäck was du da alle mit hattest was ich mich aber bereust du hast ich habe das probleme durch meine erste radreise aber überlegt so was braucht man überhaupt bei der ersten radreise weiß ja nicht was du brauchst du fährst los du siehst dass du lässt inspirieren von irgendwelchen anderen youtuber also an dieser ein wasser kocher morgens an tischen aufbrühen und so richtig schöne aber im endeffekt macht du das wirklich einmal morgens mit einem espresso maschine mit einem kaffee die du anrührst noch und sowas die boden selber mal ist und sowas ein masser das aber eine radreise ich würde sagen nein das machst du vielleicht so für einen tag mal wenn du sagst du bist schön wie heute hier du fährst hier hin machst du deinen kaffee für heute ist aber schön aber so eine radreise würde ich so ein ding nicht mitnehmen wir tragen ja das tragen aber total überpast also da würde ich vielleicht andere systeme diesmal mitnehmen so sage ich mal hauptsache du kannst 500 milliliter wasser geheißen machen wenn du doch mal was trinken möchte oder super aufkochen möchtest oder sowas kleiner halten und essen ich war essen mitgenommen nudeln hast nicht gesehen aber sein in spain nichts zu essen geben würde also jetzt klar mit erfahrungen was ich jetzt gemacht habe aber du kannst die pilgermahlzeiten die sind so günstig du kannst überall pilgermahlzeiten zu nehmen da lohnt sich das kochen doch nicht mal teilweise also kaffee kaffee für 1,50 euro oder keine ahnung was ja da brauchst du nicht irgendwie alles mitschleppen den drang ja nur um wasser warm zu machen also für mich würde ich sagen für mich persönlich muss jeder selbst entscheiden ist ja nur meine persönliche erfahrung also ich würde so einen aufwand nicht mehr machen oder sowas also riesen trang mitnehmen so für so eine reise aber es kommt darauf an was man will wenn jemand super kochen wenn jemand sagt so so wie hülse würde ich sagen wenn hülse sagt ja ich koche da gerne und hast du nicht gesehen ich brauche das oder sowas um glücklich zu sein auf der reise und selber kocht okay dann macht das wieder sinn für jemand aber ich kann ja eh nicht kochen also macht das für mich null sinn also wer hülse jetzt nicht kennt ich blende mal eben oben den kanal den link zu hülse ein hülse ja da genau links oben der hülse ist gerade bei youtube relativ neu gestartet und mit seiner ersten radreise mit dem fahrrad wohnwagen da stellt sich die frage e-bike eigentlich nicht ich habe es noch niemanden gesehen der mit einem normalen fahrrad und fahrradwohnwagen hat er dementsprechend auch ein bisschen platz drin und es ist ein sehr gemütlicher bürger der hülse von daher unbedingt mal auschecken hier würde ich mal empfehlen euch das anzugucken aber ich kenne die problematik ja auch meine allererste radreise wie gesagt mit dem bio bike trotzdem vorne taschen hinten taschen alles vollgepackt gepäck ohne ende und ich bin ostern gefahren damals und dachte mir ja okay da hast du die feiertage ist nichts kaufen ich hatte sogar eine flasche rot war mit glas ich hatte ich hatte eine große flasche ich hatte mit zwei dosen eintopf also dosen also ein gewicht mit flüssigkeit würde ich heutzutage nie wieder machen alles war trocken so was ich hatte glaube die dose ravioli mit und eine dose fertige ich glaube gulasch hatte ich auch noch mit drei durch höhe bus auf ich hatte vorhin so eine kleine packtasche voll sachen das sind so sachen die ms natur habe ich ja gemacht mit dem anhänger mit dem kalle das ist ein großer vorteil weil das gepäck nicht mehr am rad ist vom systemgewicht nachteil da musste ich konnte nicht mit motor fahren da konnte ich also kaum mal ohne motor fahren das merkt man halt schon dass man was hinter sich her zieht und ich möchte ganz einfach mal allein schon deswegen und für mich jetzt dass ich mir gedanken machen muss was ich nicht mitnehme ich hatte 120 liter packvolumen im allgäu wenn du 120 liter packvolumen hast dann brauchst du den stuhl mit stuhl dabei ist auch noch tisch dabei dann hast du den kocher dabei mit mit zwei töpfen und bratpfanne die habe ich einmal benutzt zum nudel kochen ist es ist so das kann man eigentlich alles sehr runter reduzieren wenn man einfach eine möglichkeit hat wasser warm zu machen reicht das eigentlich schon um sich mal was einzureden was war unterwegs ist draußen kalt ist und das war es eigentlich so eine idee was du alles mitnehmen möchtest möchtest du so voll ausgestattet mit tischchen stuhl und oder soll es sehr schmal sein ja es denke mal ja gut ist grundsätzlich da gebe ich ja peter und direkt ist eine grundsätzliche frage wohin fährst du ja das ist ja klar wenn jetzt jemand sagt ich möchte zum polarkreis und möchte das volarkreis geht nein nein wenn jemand sagt habe ich gesagt und möchte das und möchte dann vielleicht doch schon im frühjahr das machen dann hat er natürlich was das zelt also ich will ich will zelten das ist fakt was das zelt angeht was die was die isomatte wärmere klamotten und solche dinge angeht natürlich einen anderen aufwand wie jemand gestern hat mir jemand gesagt ja ich erfährt ans mittelmeer und 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 macht da tun natürlich auch andere andere gegebenheit also bei mir ist es schon abhängig nichtsdestotrotz von der her von der jahreszeit fakt ist der ich habe die ersten vier monate des jahres komplett frei und bin da flexibel ursprünglich war mal der gedanke gewesen tatsächlich den den ostseeküstenradweg zu fahren mit meiner frau zusammen im rahmen eines eines urlaubs und sie dann wieder nach hause zu schicken wenn ich das so sagen darf und dann weiter zu fahren durch polen was du ja bist du sagen darf ich dürfte das nicht durch durch polen durch baltikum finde ich faszinierend interessiert mich sehr ja und von dort aus dann von dann richtung die fähre richtung finnland zu nehmen also nach helsinki dann helsinki hoch zum tatsächlich polarkreis um dann ist einmal die ostküste schweden wieder runterzufahren das geht aber da brauchst du schon 56 wochen ja und ich kann das ab mai kann ich das nicht an einem stück weil ich da schon gewisse teilweise neue berufliche verpflichtungen habe die ich selber nicht unbedingt steuern kann und so das heißt die ersten vier monate habe ich dann zeit habe ich frei dazu ist aber dazu kalt ja du kannst nicht im januar februar märz zum polarkreis fahren hat funktioniert nicht die alternative die momentan auf dem plan steht ist durch holland und belgien zu fahren im frühjahr wenn die witterung ist erlaubt wenn da nicht gerade tiefster schnee liegt dann frankreich runter kanalküste kanal du medie und da richtung mittelmeer zu kommen sag ich mal letztendlich und dann wäre dann die ausrüstung in der hoffnung dass es dann auch wärmer ist dementsprechend natürlich schmaler ich habe ein kleines zelt was ich mitnehmen möchte bisher bin ich immer ohne low rider also ohne die taschen vorne am vorderrad ausgekommen sondern halt zwei 20 liter ortlebtaschen an den seiten und dementsprechend eine große 30 liter rolle obendrauf da kriege ich eigentlich soweit alles rein dass ich mal so das ist jetzt eigentlich so dass das thema das möchte ich mitnehmen ja stichwort jahreszeit und zu kalt und zu warm der peter muss schon ein bisschen lächeln er hat ja die jacobs den jacobs weg ist auch nicht im hochsommer geradelt eigentlich zu der jahreszeit die empfohlen wurde kannst du mit zelt machen welche erfahrung hast du da gemacht dass wir wieder bei youtuber mal büchern und so war man ist ja von bücher wann ist die beste jahreszeit los zu kommen habe ich mir auch gemacht man müsste dann los plan gesagt jacobsweg im hochsommer vergiss es übernehmen dies kaputt mehr die beste jahreszeit so mitte april mitte ende april war wie gemacht wieder am 16 april gestartet was ist passiert super jahreszeit wir hatten minus zwei grad also ja ich kälte ist da wieder bei der kälte ist da frühjahrs anfang sage ich mal jetzt in spanien da die marcelona geschneit wir werden mal ein paar bilder ein der peter gibt mir die nachher bestimmt dass wir eben einblenden können dass du teilweise ja unter deinem tab gelegen hast was am fahrrad abgespannt war und da draußen war schnee oder eis drauf genau es war also richtig doch bodenfrost gegeben und alles ich habe nur den kalentia defense 1 gehabt da reicht ja das ist ja schön leicht und ab mitte april a3 20 grad plus ne ja von wegen ganz vergessen und das und was man auch noch bedenken muss gerade wenn du sagst du von wegen du willst auf zeltplätzen und sowas bei mir war so gewesen in spanien dass man in der app guckst du nach die zeltplätze sondern zeltplatz app gibt das ja aber manchmal ist auch nicht verzeichnet dass sie noch teilweise geschlossen sind und dann kommst du dahin du freust dich schon erzählt platz geil ich kann endlich akku laden und sowas und dann kommst du dahin und erzählt hat nur zu keine jetzt keine saison und nix und der akku hat nur 20 prozent und nächster zeltplatz ist 50 kilometer entfernt dann hast du die schieber pasage ist dann ist sowieso ein punkt den man berücksichtigen zum beispiel gestern gelernt war mir überhaupt nicht klar dass in schweden alle campingplätze ende august schließen habe ich habe gedacht man könnte eine nordkaptur aus so planen dass man sagt man kommt die letzten wochen fährt man im august vielleicht september oder so ja nicht ja also da ist dann nichts mit 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 campen kommen aber auch wieder direkt zu einem punkt zur ausgangsfrage weswegen wir heute hier sitzen e bike ja oder nein weil wenn man dann sagt ich möchte spinnen wir das ding mal weiter nehmen wir mal an es ist jetzt februar und ich möchte in die endplanung gehen und stelle fest überall liegt hoch schnee kannst du vergessen dann ist natürlich schnell auch der gedanke dazu sagen weißt du fährst da fahrrad wo es jetzt warm ist sprich also du fährst irgendwo gestern habe ich mit meinem friseur gesprochen ehrlich gesagt der sagte seine eltern sind früher viel nach mallorca gefahren geflogen besser gesagt haben ihre räder mitgenommen und hat sind dann auf mallorca mit dem rad unterwegs gewesen wo ist das problem dein normales fahrrad kannst du mitnehmen im flieger e-bike nicht ja beziehungsweise du kannst ein e-bike mitnehmen aber keine akkus das ist ja das ist ja auch vielen glaube ich nicht nicht bewusst jetzt gerade auch wieder beim jakobs wichtig geschichte du kommst auch selbst mit der bahn hast du ein problem du kannst in spanien kein fahrrad in der bahn mitnehmen das ist selbst in den niederlanden problem ist habe ich auch nicht auf dem radar gehabt weil ich in den niederlanden ist auch mal gerne unterwegs bin dass der niederländer sich ein fahrrad an der leihstation ausleid am bahnhof aber immer ohne fahrrad fährt und du musst irgendwie da gucken dass überhaupt eine möglichkeit das mitzunehmen also das sind so sachen da macht man sich vorher manchmal vielleicht gar nicht so den kopf also es gibt tatsächlich eine logische lösung die im ersten moment sich sehr befremdlich anhört die für euch beide zum beispiel durchaus ein thema wäre weil wir haben alles mögliche durch geplant steffi und ich mal weil wir auch mal so eine tour paris london amsterdam vor hatten da gibt es auch so ein radweg aber das ist das problem wie du gerade sagst du kriegst da ein e-bike in dem in dem französischen zug nicht transportiert und dann hast du einen riesen langen umweg mit also es geht darum diese tgw diese größeren züge und dann musst du halt mit kleinen regional zügen und dann bist du da irgendwie ein zwei tage unterwegs und von münster nach paris zu kommen um dort zu starten also das kannst du knicken und es gibt tatsächlich eine lösung die sich im ersten moment sehr befremdlich anhört die ist die sein normal sein ebike ohne akku zu verschicken und sich vor ort im land einen akku zu kaufen was ja mit euren system mit euren bosch system das sind ja standardisierte bosch akkus durchaus möglich ist weil die gibt es weltweit dann diese touren die man vielleicht dort fahren möchte zu fahren und den akku dort dann wieder zu verkaufen hört sich in das moment wie gesagt ein bisschen crazy an aber wenn man da pech hat verliert man sicherlich irgendwo keine ahnung bei einem so einem akku vielleicht 100 200 euro aber nichtsdestotrotz alle anderen möglichkeiten leihwagen zu nehmen haben wir auch schon mal durch kalkuliert was kostet ein leihwagen von münster nach paris kannst du nicht bezahlen wenn du dazu wenn ein auto haben willst wo was dementsprechend groß genug ist dass du da zwei komplette ebikes und deine beiden personen rein kriegst das hat er anderthalb tausend euro oder was das ist das unmöglich und da ist dann halt so eine ebike kauf und verkauf geschichte fast schon empfehlenswert oder machbar andenkbar in dem sein aber schon interessant was für ideen man da entwickelt um dieses das problem halt irgendwie in den griff zu bekommen und ich hätte mir jetzt so ganz naiv wenn ich so eine tour plan würde erstmal nicht als erstes einen kopf darum gemacht wie komme ich da wieder weg aber es bei vielen sachen so haben wir auch schon mal gesagt wo man auf youtube gerne sich begeistern lässt irgendwelche ausflüge gerade jetzt auch wo du sagst du hier polarkreis nordkap es gibt zig videos wie man sieht wie deutsche nordkap fahren es gibt nicht ein video wie sie da wieder weg kommen die nach hause kommen also das ist noch unsere große chance hier ein unikat zu schaffen wie nicht wie komme ich da hin wie komme ich da weg die frage war ja auch gewesen damals habe ich auch noch glück gehabt wo ich aufgebrochen bin zum spanienradweg aber auch zum dank glaub du warst es gewesen und hatte vor allem was gewesen der von harry radel genau war das erste mal gewesen geplant war ja die tour eigentlich ich wollte von zu hause starten also direkt von habexberg starten bis san diago und da mit der bahn eigentlich so habe ich mir das als laihe vorgestellt damals wo ich angefangen habe so wie in deutschland hier ist ab in die bahn und zurück nach hause bis harry mir dann gesagt hat du mal junger du kommst da gar nicht weg mit deinen akkus und hast nicht gesehen also wie war mir auch nicht bewusst damals dass ich die akkus nicht transportieren kann ich dachte so wie hier bei uns in deutschland du kaufst dir eine fahrradkarte schiebt das ding im zug rein hängst du auf und schluss fährst nach hause nee kannst vergessen deswegen habe ich das damals so gemacht habe ich auch noch mal glück gehabt hat die hatten kumpel sag ich mal der wohnen in frankreich da durfte ich mein tesla parken da bin ich mit dem tesla bis nach frankreich gefahren bis da dax was habe ich gewesen damals und habe auto stehen lassen drei wochen oder dreieinhalb wochen und bin dann von da aus dann gestartet und wieder dann komplett zurück über süd spaniens dann zurück zum auto weil sonst hast du keine chance aber ich höre ja schon so raus so eine richtige schwarz weiß antwort gibt es ja nicht es ist ja sehr individuell wo wir waren hinfahren welche jahreszeit ich glaube gerade auch kalte jahreszeit e bike der akku hält gar nicht so lange welche topographie ist da wir kommen ja aus dem flachen münsterland wenn man sich dann vorstellt okay riso müller supercharger da schaffe ich ja mindestens 100 kilometer am tag mit und teilweise einmal 160 geschafft also weil weil da waren die beiden akkus platt ne mein supercharger ja wenn ich in lade oder eco stelle hier im münsterland der zeigt mir an 300 kilometer reichweite ich kann ja lokal in spanien und hier und dort und da ja puste gucken du hast da passagen gehabt wie du sagt das 80 kilometer da waren die akkus platze da kannst du gar nicht vorher ja und dann musst du dann da ein ort finden also die ladesäulen infrastruktur südeuropa die wundern sich wahrscheinlich was wir mit elektrischen fahrern herumfahren also kannst du vergessen da muss man irgendwie im café oder so dann fragen und dementsprechend da vielleicht fünf stunden sitzen bleiben um da wieder einigermaßen spannung reinzukriegen topographie kann ja auch täuschen also ich habe dann auch immer gedacht so okay ja aus die küsten hat wäre super flach aber dann sagen wir dann wieder die erfahrenden leute im moment mal da bläst der wind und wind habe ich mir von einem radreisenden sagen lassen wind ist eigentlich noch gemeiner als berge bei berge du guckst in deine karte rein du guckst in deinen gps in der navi rein du weißt ganz genau das ding das geht noch 1000 meter lang und dann geht es wieder runter und so weiter und das hast du halt beim wind nicht sagte mir der radreisende wenn du pech hast ist der geht der berg hebt er den ganzen tag und weil du hat den ganzen tag gegenwind hast und das frisst richtig energie eine andere geschichte die auch wieder als aspekt für mich zumindest damit reinkommt das ist ja so der 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 hintergrund oder der der aspekt sag ich mal wie viele kilometer muss ich denn fahren will ich denn fahren natürlich weil dieses e-bike fahren habe ich manchmal das gefühl das beobachte ich bei einigen radreisen ich will ja keine anschauen dass es dann auch häufig so ist dass die leute dann sagen dass da so ein leistungsgedanke aufkommen man ist ja so in seinem in seinem trott drin wir alle drei sind im beruf voll integriert und auch recht erfolgreich wenn ich das sagen darf und wir sind ja auch gewohnt dass wir wenn wir was können dass wir das dann auch tun und ich sehe manche radreisende wir haben auch schon mal drüber gesprochen die gesagt haben habe ich im hinterher nach natur festgestellt oder nach einem teil einer natur ich bin durch den ort und durch den ort ich habe mir nichts angeguckt und bin einfach durchgefahren und habe das abgehakt innerlich weil ich wusste ich war jetzt in x ich war ein y und hab dann halt war vielleicht auch froh kenne ich von mir genauso kennen wir alle ich konnte hinterher abends sagen ich habe 100 kilometer gefahren 120 kilometer und da weiß ich nicht ob vielleicht auch ein nicht motorisiertes fahrrad ein dann wieder erdet ein wieder runter holt wenn man wenn man dann einfach sieht so stelle ich mir als laie in meiner romantischen vorstellung vor ja ich fahre jetzt aber wirklich nur 40 kilometer oder nur 50 kilometer weil ich ja wahrscheinlich gab ihn oder so vom fahrrad fahren vielleicht ist das aber auch eine möglichkeit runter zu kommen oder 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 vielleicht auch die die gegend mehr wahrzunehmen ich weiß es nicht ist eine einbildung oder aus meiner erfahrung heraus gebe ich dir da absolut recht gerade bei der letzten tour aus dem allgäu zurück mit dem e-bike gezwungenermaßen anführungsstrich nicht dass ich jetzt gelitten habe da darunter aber ich hätte so eine tour sonst gerne mit normalen gemacht habe ich mir ich hatte ja keine zeitiges limit ich hatte also ich hätte noch eine woche länger fahren können hätte ich habe ich hätte ich kein problem gehabt um irgendwie in wenn ich unter zeitdruck gekommen oder täglich kürzer fahren ich habe aber gemerkt gerade in diesen ich bin in die romantische straße gefahren wenn man in so ortschaft wie dinkelsbühel zum beispiel wie die angekündigt wird dann kommt man ja so ein tag vorher wo bin ich da eigentlich als schönste altstadt deutschland ich will die wunderschöne stadt und kommst dahin ist natürlich dementsprechend auch touristisch was los ich bin dann ja auch als tourist da das ist also keine keine beschwerde über den tourismus aber das ist nichts für mich und peter und ich wir ticken da ähnlich es ist dann schön das gesehen zu haben ich bin da nicht der typ der alleine unterwegs ist sich jetzt da hinsetzt ich glaube wenn wir zu zwei tour machen würden oder oder wir oder keine ahnung dann würde man sagen okay wir setzen uns im biergarten und trinken bierchen aber ich bin jetzt nicht der der alleine sich in den biergarten setzt und ein bierchen trinkt und dann schön alles anguckt und dann da weiter fährt das ist einfach so dann freue ich mich irgendwo abends zu anzukommen und ja manchmal am ersten tun hatte ich das auch wirklich so 100 kilometer geschafft 120 und und was nicht alles da ist schon recht es ist nicht unbedingt leistungsgedanke oder es ist das doch das ist so unterbewusst drin ist kann ja auch sein aber man guckt ja schon mal möchte ich irgendwo an ankommen und möglichst viel in kurzer zeit dann doch wieder sehen irgendwo hat er hat der reiner schon recht wir sind wahrscheinlich wir beiden hier nicht so die ganz entspannten typen bei der radreise ja ist ja ich kann sagen vor diesem jacobsweg zum beispiel da war mir auch nicht so wichtig diese pilgerurkunde normalerweise die pilgerurkunde und du kannst ja beschädigen lassen im weg an sich und sowas habe ich gesagt brauche ich eigentlich nicht der muss ja keiner was beweisen oder sowas weil ich weiß ich war da ich habe das stempelheft oder sowas wenn ich was beweisen wollte oder sowas nur im endeffekt habe ich gesagt weißt du was wenn ich schon mal da bin oder sowas die pilgerurkunde holst du doch also ich habe mir die kunde die urkunde geholt und alles habe ich dann doch gemacht für mich weil es schön aussieht und der name wird auch handschriftlich geschrieben und so eine schnörkelschrift und so dann machst du das mal mit aber was ich nicht gemacht habe haben auch vielleicht nicht verstanden entschuldigung steht da black max auf der urkunde steht mein richtiger name was du heißt gar nicht black max auf jeden fall was ich nicht gemacht habe haben viele auch nicht verstanden ich bin dann in santiago angekommen an der kathedale und sowas mir war es nicht wichtig rein zu gehen also ich war nicht in der kathedale drin das brauche ich nicht also was bin ich gereizt mich hat der weg dahin gereizt ja manchmal jetzt aber die kathedale an sich ich bin da nicht reingegangen weil du diesen spirituellen hintergrund diesen diesen religiösen nicht hat obwohl das war doch ein thema für dich so hatte ich das damals zumindest verstanden dass du schon da gewisse aktien schon drin hast oder so oder nicht ja religiösen gründen also normalerweise sind wenn ihr die sünden verziehen sollten sagt man ja so aber du hast keine ich hatte keine nein also regiösen war es nicht spirituell so bisschen ja man will so ein bisschen mein papa ist verstorben ein jahr zuvor und so weiter und habe gesagt weiß ja was ich wollte ein bisschen bleibt auch eine verarbeitungsgeschichte und so was einfach nur für mich sein und so was eine weg halt machen und so weiter da war für mich da mal so da der punkt so ich wollte ein bisschen von der arbeit bis dann weiß er mich bis dann runterfahren und so was alles alles so alles einen in beschlag genommen und so was und irgendwann willst du mal ausbrechen oder so was da da halte ich bitte noch eine frage zum jakobsweg im allgemeinen weil ich den regelmäßig jetzt auch vorgeschlagen bekomme ich habe von den wanderern des jakobswegs ab und zu mal so die meinung gehört dass sie sagten wenn man halt für diesen religiösen hintergrund der geschichte nicht empfänglich ist wäre der weg nicht empfehlenswert weil er nicht so interessant also weil er nicht so schön wäre oder viel durch industriegebiete oder was würdest du den jakobsweg grundsätzlich alleine wegen der schönheit des weges oder der interessantheit des weges empfehlen oder würdest du wirklich sagen der jakobsweg ist eigentlich nur interessant für jemanden der da auch einen sinn drin sieht ich finde ja jeder weg ist interessant man der jakobsweg an sich da ich mal mal viele machen ich glaube es gibt bestimmt auch menschen oder leute sag ich mal jetzt nicht mehr von inspiriert sich weil es ja überlaufen aber aktuell immer noch keine ahnung aber eine zeit lang war es ja so da hast du ja hans und franz auf den jakobsweg gefunden oder kennengelernt oder gesehen da sind ja alle den jakobsweg gegangen irgendwie gefühlt und im endeffekt man muss gucken wenn du zu fuß unterwegs bist hast du ja nur abschnitte wo du sag ich mal jetzt andere wege los wie so ein radfahrer also manche du willst auch die pilger auch nicht stören sag ich mal wenn du mit dem fahrer unterwegs bist die ganz engen dinge nimmst du auch nicht mit ne dann dann bist du auch so rumgeführt auf dem radweg aber der weg an sich finde ich schon auch interessant sage ich mal gerade die pyrenäen und sowas die städte die sind ja für jeden interessant ob du jetzt den pilgerweg selber machst oder ob du jetzt noch als normale tourist unterwegs bist und kein jakobsweg läufst ich finde das doch schon ziemlich interessant man kann sich ein bild machen peter hat das ganze ja verfilmt ich bin das noch mal hier links oben oben ein da die die playlist hat als playlist zusammengefasst wahrscheinlich macht ja sinn dass das erstmal anguckt also auf jeden fall sehenswert seine erste radreise und was man alles so so mitnehmen kann ist schon eine interessante sache ich finde ja hier jungs vom ganzen geräte und sowas geht man doch ein bisschen trockenen hals ich finde wir sollen uns erst mal hier machen wir jetzt aus dem asien machen mal eine kleine trinkpause und ich weiß ich kenne meine sony kamera die muss auch etwas überhitzt die und machen wir keines päuschen dann geht es gleich weiter hier ja liebe leute wir haben uns mal eben hier ein kleines kaltgetränk organisiert natürlich mitgebracht liebe grüße nach heidelberg an die margit die hat uns das nämlich zur verfügung gestellt das sogenannte orakel bier und das befragen wir mal eben ob das orakel bier meint das ist ob es sinnvoll ist radreise mit dem e-bike zu unternehmen denn hier oben in dem deckel ist nämlich steht ja nein oder ein fragezeichen und da darf man überraschen was das wälde orakel sozusagen jetzt zum thema radreise die mehrheit gewinnt dann oder was wir schauen mal also wenn ich jetzt sage ist nicht sinnvoll da fährst du mit einem normalen bike fragezeichen habe ich nein 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 also die frage war ist es sinnvoll mit einem e-bike eine radreise zu machen die frage war ist es sinnvoll mit einem nicht motorisierten fahrrad die radreise zu machen die frage heißt ist es sinnvoll so heißt das video oben im e-bike eine radreise zu machen und zumindest das orakel sagt wir müssen allerdings dazu sagen wir haben am dienstag bei uns live bei tippitoppi tv das orakel befragt ob preußen münster den fc bei münchen im pokal rausschmeißt das orakel ja ganz klar ja gesagt hat auch nicht geklappt von daher egal flüssig hin sowohl auf euch eine frage an euch wäre noch weil ihr ja auch relativ viel ohne motor unterwegs leid ich weiß ihr habt mit dem mit dem rennrad oder mit dem ja doch mit rennrädern war das dann habt ihr ja letztes jahr touren gemacht ist der und wie wie seht ihr denn den unterschied wie würdet ihr das gewichten würdet ihr sagen ich weiß es ist eine blöde frage oder so wie leicht oder oder wie ja ist es oder oder kann man das irgendwie definieren kann man sagen das ist jetzt doppelt so schwer ich brauche doppelt so lange oder ja ich kann nur die hälfte fahren oder oder wie dass das wie sicher fühlt man sich mit so einem fahrzeug auch unterwegs und ich weiß ja meine allererste radreise war ja aus der schweiz mit dem fahrrad zurück und ich habe vorher natürlich eine runde auf dem auf dem hof gedreht irgendwie mit allen packten sachen drauf bin da aus der bahn raus bin losgefahren haben wir als erstes gedacht scheiße habe ich mir wirklich gedacht man hat sehr viel gewicht vorne das ding war kaum zu lenken es war völlig ungewohnt als es dann wirklich los ging so viel gepäck vorne am fahrrad zu haben sprich dass man gewöhnt sich da relativ schnell dran aber du hast natürlich ein ziemlich schweres gefährt was du hast gerade mit dem e-bike ist es ja noch schwerer da musst du gucken wie stellt das hin das ist auch immer so eine sache ich muss den pack sagt immer runter machen das ist nicht umfeld ich einen seitenständer habe ich aber keinen aufbauchständer geht ja auch nicht weil ich ja mittelmotor habe beim normalen reise hat könnte ich auch ein aufbaustandard runter bauen das ist wirklich hoch bocken kann so wie mit dem kindersitz solche sachen rennrad ist sehr leicht zum fahren habe ich ja kaum gepäckmöglichkeiten mitzunehmen und ich persönlich kann mittlerweile du hast ja unsere persönliche bauart schon angesprochen vorhin nicht mehr so lange zusammengefaltet auf dem rennrad sitzen gravel bike ist deutlich bequemer der hauptunterschied rennrad gravel bike ist ja einmal dass die rahmengeometrie ein bisschen anders ist dass man nicht so ein bisschen bequemer drauf sitzt und halt breitere reifen hat der sichere auf der straße sind im gravel bike habe ich mir lange gedacht kann ich mich auch für begeistern auch für eine mehrtägige tour bikepacking aber wenn ich dann gucke wie ich mich einschränken muss mit dem was ich mitnehme oder was ich mir auch neu anschaffen müsste an high tech hätte ich was gesagt jetzt schlafsack nicht ganz klein kriegen und sonst was alles denke ich mir komm du hast ja auch immer so gut gewesen ich habe ein e-bike ich habe ein sehr sehr gutes normales fahrrad wo ich schon radreisen mitgemacht habe mein rad von velodewill ist mit namenschaltung auch die kette ist eingepackt ist dementsprechend auch witterungsunabhängig das ist nicht mit wasser wenn du eine kettenschaltung hast das ding wird nass muss ja auch noch pflegen immer das sind ja auch so sachen unterwegs man sich alle mal bedenken muss und dass ich mir denke mit normalen rad wäre für mich jetzt mittlerweile so ich bin definitiv nicht so schnell ist jetzt aber für mich bequem da drauf und habe was was ich händeln kann was nicht so schwer ist gerade e-bike jetzt aus dem allgäu auch das war schon dezent überladen dann spekuliert man ja schon dass das höchstgewicht gut überschritten werden kann dass da ja doch reserven immer einberechnet sind vom hersteller ich würde auch immer sagen es aber kommt darauf an wo du fahren willst wenn wir überlegen dass wir mit einem rennenrad oder mit gravel meistens bis jetzt waren wir jetzt nur hier unterwegs im münsterland drumherum so mehr gut du warst mal im sauerland ich aber nicht wenn du sagst ich fahr jetzt noch münsterland um die ecke da hast du nicht die höhenmeter sag ich mal gerade sagen da fährst du halt mit gravel und mit rennenrad aber planlich eine tor sage ich mal wo ich genau weiß ich fahr jetzt im süden irgendwo über die alpen oder sowas da werde ich mit rennen hat jetzt auch aufgeschmissen mich auch nicht wie du sagst nicht durch trainiert oder was ich was dann mache ich mehr schieberpassagen haben kann ich mehr wandern wie fahren wahrscheinlich also da bist du mit dem e-bike dann besser aufgehoben die frage war glaube ich jetzt aber wenn man jetzt das e-bike beiseite lässt gravel bike rennrad oder normales reiserad oder ich persönlich tendiere mittlerweile ja gut das mag auch irgendwann dem alter geschuldet sein natürlich oder der nicht nur von der fitness sondern auch von der verwöhntheit sag ich mal als junger mensch vielleicht damit auch zufrieden war okay gibt mir eine bushaltestelle ein paar blätter kann mich zu denken kann ich kann ich schlafen früher auf wg-partys habe ich auch im türrahmen geschlafen und konnte nächsten tagen laufen da kannst du mich heute mit dem rettungswagen rauszuholen im türrahmen schlafen das geht einfach nicht mehr so sich einfach irgendwo hin zu ballern ich brauche einen vernünftigen schlafkomfort schlafen ist besser als er wichtiger als essen auf jeden fall sonst ist man irgendwann wirklich fritte ja schlafen ist finde ich muss man höher bewerten auf so einer geschichte als essen und ich habe nicht von trinken gesprochen und nein ist im ernst und von daher habe ich so eine mindestanforderung für mich selber wo ich mich leicht begeistern lasse und denken wir so komm jetzt machst du so als challenge aber dann das muss ja auch spaß machen das soll ja nicht nur aus meiner sicht jetzt um schönes video zu machen kaffe kochen jakobsweg macht natürlich die machen man sich vor gedanken das kommt gut was die kamera auch darauf ist ja auch so ne wasser kochen allerdings so aber dafür den ganzen rotz mit schlören ja häufig ist es ja auch eine frage der bequemlichkeit oder des komforts den man haben möchte ich habe es jetzt gesehen wir hatten auf unserem treffen in telgte hatte ich mal wieder mein altes zwei personen zelt dabei weil steffi halt mit gezeltet ja also natürlich einen ganz anderen raum und ganz anderen platz drin zumal es auch noch freistehend ist das musst du musst also keine heringe verwenden wenn du nicht willst als mein ein personen zelt mit dem ich sonst alleine reise mit dem ich im allgäu war weil das ist wirklich so eine kleine hundegarage wo du dich da so gerade mal reinlegen kannst wo du nicht drin nicht mal richtig hocken kannst weil er dann schon in das dach wieder am kopf hast ja weil es halt zwei kilo weniger wiegt und wenn ich mir dann vorstelle gravel bike rakete da soll das zelt rein ja da passt mein zwei personen zelt würde da gar nicht reinpassen oder so einmal und die frage so wieder was man will das problem ist und wie lange bist du unterwegs oder planst du weil wenn du überlegst du nimmst ein zelt mit hast ein komfort die höhe sag ich mal da kannst du auch mal wenn du sagst ich will noch hier bleiben ich bleibe zwei tage plan ich jetzt in kopenhagen was der geier hat und dann will ich bis eine raumhöhe haben und vielleicht auch mal sitzen können vielleicht mal was kochen können im zelt oder so was klar muss man sich überlegen und wenn du sagst weißt du warte ich meine jetzt nur eine gravel tour oder rattenrennertour ich will einfach nur die hundehütte aufbauen den nackt drüber drin schlafen und morgens weg und sowas ich bin auch überlegen so biwaksäcke zum beispiel im moment ein thema für mich nur so weiß ich ganz genau du liegst da einfach nur eine hülle du hast da nichts du kannst du nicht anziehen du kannst du nicht mal die schuhe da an du kannst du nicht mal ein gepäck da rein gleich ein rucksack kriegst du da rein in die füße und sonst nix was ist wenn morgens du schießt morgens auf erschüttert wie aus eimern sag ich mal da musst du dich morgens im regen schon anziehen sag ich mal jetzt also ja da muss man einen spot suchen zum schlafen wo man halt darüber im kopf hat also in der bushalte stelle hotelzimmer ja das ist auch schon eine geschichte habe ich auch noch mal nachgedacht ich habe ja noch ich habe ja noch nie eine radreise gemacht jetzt mit festgebauten unterkünften nicht fast gesagt sondern so eine so eine glamping radreise da habe ich echt mal bock drauf also nur ab vier sterne aufwärts peter ist das was für uns sehen wir uns da also eine radreise mit ultraleichten gepäck nur zehn gramm das ist die ec karte genau die schwarze karte nehmen wir die schwarze die schwarze kreditkarte und dann nur ab vier sterne aufwärts da müsst ihr aber vorher ein spendenkonto und dann lassen wir das fahrrad fahren wir vor das muss dann auch der muss dann auch der portier muss das auch in die fahrradgarage verändern ich habe letztes mal in einem video gesehen ich weiß nicht über wen das war keine ahnung aber war schon einer irgendwie so ein glamping video die haben so gehabt ne formel 1 war es gewesen glaube ich irgendwo war es gewesen und dann haben die gesehen sogar eine klingel gehabt für champagner zum champagner bringen da hat der butler ein champagner gebracht im zelt und der reiner hat ja gerade angesprochen unser letztes gemeinsames wochenende mit dem zelt dann da es war von den electric devils von unserer ebike gang wenn euch das interessiert ja auch ein link ohne video beschreiben steckt das mal aus electric devils wie gesagt wer sich da sieht ebike rocker zu sein und die ganze geschichte wird erklärt guckt das mal an wenn er es noch nicht kennt ja aber auch noch mal die übernachtung an sich so mein wunsch war es auch gewesen ab dem jacobsweg noch mal zu kommen ich habe meine hängermatte ich bin ja gerne hängermatten weil jetzt hat so hängermatte macht sinn der macht dann tatspanse auch schon romantisch und sowas ganze pennen bäume findest überall außer vielleicht auf den 3000er vielleicht nicht aber egal so und weil es so kalt gewesen ist und die klamotten waren klamm irgendwann nach tagen klar wenn du ein wochenende mal klammer klamotten hast ist auch noch was anderes sagen ich war in zwei tagen oder nächsten tag wieder nach hause scheiße drauf mich wieder im wagen aber wenn du weißt du bist drei wochen auf diesem weg unterwegs und du hast nur klammer klamotten sogar so ein dreierprinzip sag ich mal und alle drei sind klamm und nass oder sowas irgendwann hast du keine klamotten mehr dann muss irgendwie ausweichen und habe ich auch die erfahrung gemacht sozusagen deswegen für die spanienreise damals auch wie sein abspecken würde ich dir jetzt aktuell die ganzen hotels oder pensionen die waren so günstig gewesen damals die waren 25 25 und 35 euro wo der campingplatz vielleicht auch 15 euro gekostet hätte da kannst du sagen weißt du was soll ich da hängermatte aufhängen keine ahnung was für 15 euro die ich einspar also heutzutage da war auch wieder gewicht und gepäck mit tarp und hängematte und schlamsack ne was ich mir heute sparen würde also da würde sagen die 25 euro planen mal jeden tag irgendwo pennen du könnt sogar noch günstiger pennen können in so diese pilger herbergen da bin ich ja mit acht leuten auf dem zimmer und mein gestechen wollte ich kein zumuten also ja man sieht ja schon ganz viele facetten das ganze thema e-bike nicht über wie viel gepäck nimmt man mit wo fährt man das ist es ja auch am ende des tages was was es entscheidet für einen selber und natürlich auch welche ansprüche man hat welche erfahrungen hat man schon und wenn man ganz ganz neues sag ich mal noch nie was unternommen hat wieder ist ja direkt los und mit draußen schlafen es ist ja bei vielen menschen schon so die haben ja schon problem damit auf dem campingplatz zu schlafen weil da plötzlich ganz andere sachen hörst als zu hause ich nenne das ja immer gerne sich erst mal mit in der natur denn sie desensibilisieren also ich würde ja empfehlen was noch nie gemacht hat einfach mal im dunklen abends zu hause in wald stellen oder ein paar bäume stehen die selbst die klappe halten und man die geräusche so auf sich wirken das ist im dunkeln halt ganz was anderes und erst mal so das thema ran da geht es ja schon los und manche sagen ja bestimmt zählt da sehe ich mich nie und überhaupt nicht ich muss eh die pension haben dann stellt sich die frage mit dem laden nicht ich habe schon mal gehört es soll mittlerweile auch hotels pensionen geben die wollen keine ebike fahrer mehr haben nicht weil die nicht bezahlen sondern wegen der brandgefeiligung der ebike akkus ob da was dran ist habe ich auch nur so gehört weiß ich nicht ob es da auf dauer probleme gibt also wir waren jetzt zuletzt auf dem alpa adria radweg also sprich österreich italien da gab es überhaupt keine diskussion das hat niemand nachgefragt ich glaube das ist so eine typisch deutsche diskussion auch ja was kann passieren was kann ich kann ich mich dagegen versichern und am besten noch bei drei versicherungen so sind wir halt ich bin auch so einer ich will jetzt nicht mehr über den deutschen an sich hier lästern ich bin auch jemand der sich gegen alles versichert aber jetzt wo du sagst so was mir noch so kurz einfällt so es gibt ja auch wo du sagst so es gibt ja wo man nicht laden darf es ist genauso gut die campingplätze mittlerweile die keinem zelt aufnehmen wo da kannst du hinkommen und willst zelten und sie sagen dann entweder wir sind voll wir können keine mehr aufnehmen wo ich da verstehe ich gar nicht auf dem zeltplatz ein kleines mini zelt passt überall in die ganze lücke passt das ding rein da verstehe ich gar nicht kann ich gar nicht nachvollziehen und dass man so einen radtouristen abweist kann ich auch nicht verstehen klar was ich verstehen kann dass wir eine geldfrage oder sowas ein wohnmobil damit wohnmobil kommen die 60 70 80 euro führen und so ein zeltourist zahlt gleich 12 oder 15 euro okay ist eine margenfrage aber aber es gibt mittlerweile das stimmt habe ich auch gehört campingplätze ich glaube in hamburg auch mittlerweile wo du mit dem zelt gar nicht mehr hinkann sie haben alles zu wohnmobil stellplätzen umgebaut und das ist dann so und ich weiß aber gar nicht wie das ist wenn man es in öffentlichen campingplatz hat beim taxi ist es ja so wenn ich ein taxi unternehmen betreibe ich muss ja die fahrgäste mitnehmen die bahn muss ja auch gehen was der transportpflicht also wenn taxi anrufst es muss ja kommen wenn du den bezirk bedienst das ist so ist das beim kämpfen das nicht auch so dass sie einen aufnehmen müssen ich glaube das sind private grundstücke und ist das so veranstalter die haben hausrecht und können sagen du nicht es ist ja mal so ein thema wenn er wenn ihr der ahnung hat wenn ihr zufällig rechtsanwalt seid sonst hier kommen wir hier soll mit gefragt vielleicht beschäftigt sich damit der sucht ja auch immer interessante themen das ist vielleicht auch eins will kämpfen hat ja auch schon mal behandelt ich schreibe dir mal an das interessiert mich nicht nämlich jetzt bin ich wenn ich dann gezwungen bin neben dem campingplatz zu zelten mache ich mich ja strafbar weil ich ja wild campen betreibe aber andererseits möchte ich auf den campingplatz und darf nicht das ist aber eine interessante frage finde ich jetzt ist das so nebenbei abgefallen hier die frage ja freunde ihr seht das thema hat ganz viele facetten jetzt nicht nur ebike ja ebike nein wo will ich hin eventuell südeuropa bahninfrastruktur du kannst da nicht einfach eine regionalbahn dass dein fahrrad rein schieben das gibt es da so nicht kann ich mein fahrrad laden kann ich überhaupt mit dem zelt hier auf dem campingplatz will ich das überhaupt das sind ganz viele facetten wir hoffen dass wir den einen und dem anderen von euch dann kleinen gedanken anstoß geben konnten wenn ihr vor der frage steht was was ich möchte was unternehmen und wie mache ich das aber zumindest mal anders um die ecke denkt der peter wäre damals auch einfach so losgefahren ohne sich den kopf zu machen damit im zug da dann nicht wieder zurückkommt und von daher denke ich mal dass wir da vielleicht ein bisschen licht ins dunkel bringen konnten bei dem thema ich bedanke mich jedenfalls für eure aufmerksamkeit hier dass ihr das video geschaut habt wenn es euch gefallen hat lasst mir doch bitte einen daumen nach oben da wenn nicht dann sagt nicht weiter und würde mich freuen wenn ihr auch die nächsten videos schaut der peter macht jetzt ja ein video von der tour hier heute wir fahren ja noch weiter wir sind ja hierhin gefahren wer das sehen will natürlich auch da oben der link oder halt unten in der video beschreibung der rainer hat auch einen youtube-kanal verlinke ich natürlich auch da sind wir ganz gespannt ob das demnächst dann auch content gibt da von der radreise geschichte also der plan ist schon da natürlich das ganze dann auch ich hätte sicherlich nicht diese 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 daily reports machen die ihr ja häufig macht das hier alle paar kilometer wirklich dementsprechend vorbeifahrten und solche dinge ich überlege mir ein etwas anderes konzept aber ich werde euch da auf dem laufenden halten und da wird sicherlich was kommen super also vielen dank fürs zuschauen bis demnächst bleibt gesund euer blackmax reiner und des wo wo tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.